Heute sind wir das letzte Mal in FIFA Ultimate Team und zum Abschluss für FIFA 21 gibt es mein 93er Plus Icon Moment Stürmer Player Pick Jungs. Wir haben einen, ich würde sagen, Top 4 Stürmer gezogen, wirklich geisteskrank. Gönnt euch das Video, lasst noch oben da, wenn es euch gefallen hat und jetzt gehen wir rein in mein Player Pick. Und! Rechtsklick! Peace, mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ihr habt es schon am Anfang gehört, ich mache heute meinen 93er Plus Icon Moment Stürmer Player Pick Jungs. Wir haben vier Icon Moments gleich offen und die sind alle mindestens 93 oder höher. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass da irgendwie drei 93er sind und ein 94er und alles, was ich nicht gebrauchen kann. Ich will keinen Eto haben, ich will keinen Butragueno haben, das sind Leute, die habe ich schon gespielt. Ich will neue Icons, R9, Pelé, Cruyff, das wären so Leute, wo ich sage, okay, geil, nehme ich mit. Und wir gehen jetzt auch direkt rein, genug gelabert. Ich mache das Ding jetzt auf, passende Musik, wir gehen rein. Und, oh, ja doch, komm, ist gut. 95er Cruyff, Jungs, 95er Cruyff, nehme ich mit. Garincha geht fit, der Rest, ja, wobei, Garincha braucht es an sich auch nicht, aber eine gute Icon. Auf jeden Fall, ich, ich nehme auf jeden Fall den Cruyff mit. Der Cruyff ist so eine geile Legende, die Moments, die kostet auch relativ viel, die kann man gerade als SPC machen. Da muss man aber auch einiges abgeben. Ich bin mit einem 95er Cruyff Moments zufrieden. Safe, kommt auch direkt ins Team, Jungs. Das war mein Icon Moments Player Pick. Das letzte wahrscheinlich ist ein Ultimate Team, was irgendwie kommen wird. Bald ist FIFA 22 draußen, Ultimate Team, kommt nicht mehr. Wir haben jetzt ja noch Karriere und alles vor uns, wo ein bisschen was machen. Ich hoffe, das Video hat durchgefallen, Jungs. Wenn ihr macht einen Daumen nach oben hier, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ansonsten war es das. Wir sehen uns bald zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell, tippe tippe tapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, 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 platsch und machen ganz viel Quatsch. Güle, güle, dasi, danja, adios und tschö. Sayonara, yassu, tschau, bye bye und adieu. Tschau, tschau, tschau.